Die Liebe gibt dir ein, lieb alles groß und klein. Der höchsten Liebe-Wert wirst du dadurch allein. Rückwärts. Demenz. Jeder hat's. Keiner kennt's. Das ist von mir. Ich notiere Befehle. Befehle auf selbstklebenden Zetteln. Ich hefte sie überall an. Ich lebe im Zettelkosmos. Die Zettel sagen mir die Zeit. Die Liebe ist der Endzweck der Weltgeschichte. Das Ahnen des Universums. Du weißt. Wird die Liebe stärker, wenn sie auf die Probe gestellt wird? Gibt es Grenzen, wieviel man der Liebe abverlangen darf? Was erwartet man von sich selbst? Und was erwartet der andere? Die Geschichte von Wege mit dir zeigt das Glück der späten Liebe. Langsam verliert er sein Ich und begibt sich auf die Reise in eine andere Welt. Wechselgeld beachten. Wege mit dir mit Irene Klarin, Werner Heindl, Jenny Joy Kreindl, Stefan Zimmermann und Michael Störzer. Wechselgeld beachten. Wechselgeld beachten. Wechselgeld beachten. Wechselgeld beachten. Vielen Dank.